. . . . . . . . Ich erkläre jetzt die Surfpattelschule von Frieshallen. Für öffnen. Ich pattel den Mann. Hüppah! Hüppah! Warten bitte! Guckt ihr den Cremes an, oder ist das eine Qualle? Oh, das ist ein großer! Das ist ein ganz großer! Wo ist mein Gift? Was sagen Sie dazu? Nichts stimmt nicht mit dem Mögelsee. Kann ich das so drucken? Was wollen Sie da drucken? Ist doch nichts. Was sagt denn der Fischexperte dazu? Wir brauchen mehr Daten, Analyse. Also einen Arbeitskreis. Strategie C. Keiner geht mehr ins Wasser, aber positiv. Ich will den Hai. Hai? Den kubanischen Zierhai. Der Süßwasser-Baureihe R23PU. Und der tut nichts. Und dieser Hai ist hier. Im See. Hai-Alarm! Hier ist Hai-Alarm. Hier ist alles evakuiert. Halt! Was machen Sie da, Frau Schneider? Beziehen Sie doch, ich schwimme! Kommen Sie mal lieber raus, das ist nicht gut. Warum soll der nicht gut sein? Ich bin Snake Müller. Ich bin Hai-Jäger. Woher hast du die denn jetzt her? Die habe ich immer dabei zur Sicherheit. Kaline, nicht da! Chef, da sind die Leute vom Wansi am Telefon. Die wollen auch Hai-Alarm machen. Wansi? Der Wansi ist doch optimistisch. Der Wansi ist doch entdeckt an der Hafe. Wie sieht das vom Städte-Marketing aus? 47% der Bewohner von Friedrichs sagen Glauben an den Hai. 28% glauben an den Alarm. Und der Rest ist unentschieden. Am Mökelsee! Die hat mich gebissen, die Sau! Die hat mich gebissen, die Sau! Ich habe einen 52-12er, einen Abschnitt 13. Wer ist das denn? Das ist die Frau Schneider. Die Alte oder die Junge? Die Alte. Wenn es die Alte ist, lass sie doch! Mökelfilm! Der war gut, glaube ich. Ja, den nehmen wir. Den letzten.